Mein Name ist Reudo Haim. Ich bin der Bereichsleiter Bildung der Johanniterunfallhilfe in Regionalverband Dresden. Als Bildungsbereich bieten wir eine Vielzahl praxisorientierter Lehrgänge im Bereich der Erstenhilfe, der Arbeitssicherheit und Brandschutz, im Bereich der Pflege, im Bereich der psychologischen Erstenhilfe und Krisenmanagement sowie im Bereich der Einsatztaktik und des Notfallmanagements. Vor- und Grundschüler bilden wir zu Ersthelfer von morgen aus. Kinder und Jugendliche können sich von uns zu Schulsanitätern, Juniortrainern und Herzensrettern ausbilden lassen, um selbst an unserer Schule zu helfen und ihre Mitschüler in Erste-Hilfe-Maßnahmen zu schulen. Neben den klassischen Erste-Hilfe-Kursen bieten wir auch eine Vielzahl von Spezialkursen wie zum Beispiel unsere Ersthilfe-am-Kind-Kurse an. Für Autoaktive bieten wir Autoerste-Hilfe-Kurse an, um spezielle Notfälle in Gegenden ohne schnell erreichbares Rettungssystem zu trainieren. In unseren Arbeits- und Brandschutzkursen bilden wir zum Beispiel Brandschutz- und Evakuierungshelfer für Unternehmen aus. Die Lehrgänge zur psychologischen Erstbetreuung, zum Krisenmanagement oder die Deeskalationskurse helfen Ihnen, Ihren Mitmenschen auch in psychischen Ausnahmesituationen gut zur Seite zu stehen. Pflegende Angehörige und Nachbarschaftshelfern vermitteln wir Grundkenntnisse sowie Tipps und Tricks für die tägliche Arbeit. Aber auch Ärzte und Ärztinnen, Pflegende sowie Sanitäts- und Rettungskräfte trainieren wir für die unterschiedlichsten Notfälle und Einsatzlagen. Das Besondere an unseren Schulungen sind unsere durchdachten pädagogischen Konzepte. Meine Trainerinnen und Trainer fördern neben der Wissensvermittlung, also der Fachkompetenz, auch eine Vielzahl von weiteren wichtigen Kompetenzen, wie zum Beispiel der Handlungs-, Führungs- und Sozialkompetenz. In der Kombination mit einer abwechensreichen Lehrgangsgestaltung macht das Lernen einer gut Lernatmosphäre Spaß und schafft so in späteren Ausnahmesituationen nachhaltig Handlungssicherheit. Wir freuen uns darauf, Sie bald in unseren Lehrgängen begrüßen zu dürfen.